Ihr habt ja verstanden, Zahnseide soll irgendwie gut sein, aber ich stranguliere meine Finger, dann tut das weh, wenn ich da mal so reindonnere und eigentlich... Och nö, eigentlich hab ich dazu keine Lust. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die eigentlich begriffen haben, Zahnseide ist top, aber die sich fragen, wann mache ich das Ganze, wie mache ich das Ganze, wann ist die beste Zeit zum Flössern? Dann bleib bitte bis zum Ende dieses Videos, weil genau diese Antworten wirst du in diesem kurzen Video von mir bekommen. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. Zahnseide, das ist so ein ganz eigenes Kapitel und vielleicht gehörst du zu den Menschen, die sagen, ja, ich nehme Zahnseide, aber meinen Partner nicht oder du möchtest endlich deine Kinder einkassieren, dass sie ein bisschen mehr was für ihre Zahn- und Mundgesundheit tun, dass sie vielleicht nicht so schlechten Atem haben. Und da habe ich schon den allerersten Tipp für dich, was du einfach mal machen kannst, um Menschen zu überzeugen und dich selber immer mal ein bisschen zu reminden, dass Zahnseide schon seinen gewissen Sinn hat. Kauf dir einfach mal schwarze Zahnseide. Ich habe schwarze Zahnseide vorgefühlt über zehn Jahren irgendwie das erste Mal entdeckt und dachte, was soll das denn jetzt wieder für so ein Gimmick sein? Ja, da ist Aktivkohle und sowas dran. Darum geht es aber gar nicht. Es geht einfach darum, wenn du schwarze Zahnseide benutzt und du machst das wirklich mal und dann nimmst du es, guckst der Realität ins Auge, weil das, was du zwischen deinen Zähnen hervorholst, wird in der Regel viel, viel heller sein als diese schwarze Zahnseide. Dann kannst du jeden davon überzeugen, der behauptet, nö, brauche ich nicht. Ich kann meine Zähne gut putzen. Weil am Ende des Tages ist es so, dass 40 Prozent, und ich finde, das ist echt schon richtig viel, 40 Prozent der Zahnoberfläche nicht gut erreichbar ist für deine Zahnbürste, egal welches Hightech-Teil du dir da gekauft hast. Das sind einfach die Bereiche, wo die Zahnbürste nicht hinkommt. Das heißt, ganz klar, der erste Fehler, den du machen kannst, ist, Zahnseide nicht zu benutzen und zu sagen, brauche ich nicht. Weil genau diese nicht geputzten Stellen sind natürlich die Schwachstelle deiner Zähne, die Angriffsflächen für Keime und Bakterien. Und es stellt sich immer wieder raus und es ist immer so, dass die meiste Karies einfach zwischen den Zähnen losgeht. Ein schlagendes Argument sollte auch sein, wenn du auf der einen Seite quasi an dem einen Zahne Karies hast, ist es ganz, ganz oft so, dass du dummerweise, weil Karies eine Infektionserkrankung hast, gleich den nächsten Zahn auch mit dem Loch infiziert hast. Das ist etwas, was du nicht haben musst. Deswegen, das ist die Geschichte mit der Zahnseide. Und ich habe mir hier ein paar Notizen aufgeschrieben, damit ich jetzt nichts für dich vergesse. So, jetzt ist die Frage, wie geht das jetzt mit dieser Zahnseide? Du willst das jetzt angreifen? Und ein ganz, ganz großer weiterer Fehler ist, dass Menschen einfach denken, sie lassen dieses Zwischenstück zu lang. Dann hast du letztendlich keine gute Führung. Dann donnerst du zwischendurch immer durch diesen Kontaktpunkt direkt in das Zahnfleisch rein. Das tut weh, das blutet, da hat kein Mensch Lust zu. Deswegen, nimm einfach dieses Zwischenteil, was deine Arbeitsfläche von dieser Zahnseide einfach ist. Nimm das kurz und stramm. Dadurch hast du eine viel bessere Führung. Ein ganz häufiger Fehler ist auch, wenn man es mal geschafft hat, durch diesen Kontaktpunkt quasi durchzuruckeln, dass sie dann wieder versuchen, zurückzuruckeln. Und dann ist es einfach so, dass die meisten Menschen, gerade wenn du das Ganze anfängst, nicht in der Lage sind, und das meine ich liebevoll, in demselben Winkel, wie du reingehst, auch wieder rauszugehen. Das heißt, bitte versuch das nicht rauszuwirken, sondern lass einfach eine Hand los. Das ist viel, viel einfacher. Ich zeige dir das in einer ganz kurzen Sequenz einfach mal. Und dann gehst du durch. Das ist erstmal der allererste Schritt, dass du dieses Klickgeräusch hast, dass du durch diesen Kontaktpunkt durchgehst, da erstmal diesen Kontaktpunkt reinigst. Und dann werden viele von euch sagen, ja, aber da muss man doch noch die Flächen und so. Ja, muss man. Aber ich verspreche dir eins, die wenigsten Menschen machen das richtig. Und es ist einfach so, dass du dir das visuell vorstellen musst, was da eigentlich passiert. Und dafür habe ich mal ganz kurz schon mal ein bisschen was für dich vorbereitet. Und ich hoffe, das kann man jetzt gut sehen. Und zwar möchte ich dir letztendlich Folgendes erklären. Die Zahnseide ist für die meisten Menschen erstmal extrem wichtig, den Kontaktpunkt zu reinigen. Das heißt, ich habe das hier mal aufgemalt. Hier ist ein Zahn, noch ein Zahn, noch ein Zahn. Und zwar, du siehst diese Stelle. Das ist der Bereich, der wichtig für die Zahnseide ist. Wenn du jetzt geübt bist und das täglich übst und in die Champions League möchtest, was die Zahnseide angeht, dann wirst du in der Lage sein, wenn du da durchruckelst, diese Fläche zu reinigen, ein bisschen bis unter das Zahnfleisch. Geh da vielleicht zwei, dreimal drunter und dann auf der anderen Seite. Jetzt ist es aber so, dass viele Menschen diese Bewegung nicht manuell hinbekommen. Und das ist auch nicht zu judgen. Da müssen wir uns nicht drüber ein Urteil zu erlauben, sondern dafür hat die Industrie einfach die Zwischenraumbürstchen erschaffen. Diese Zwischenraumbürstchen sind genau für diesen Bereich, dass sie einfach in diesem Bereich gut putzen. Jetzt könnte man ja sagen, naja, warum soll ich das denn nicht gleich damit machen? Ja, das ist eine gute Frage. Aber diese Zwischenraumbürstchen reinigen nicht diesen Kontaktpunkt. Da kommen sie auch nicht hin. Deswegen, ganz häufig bekomme ich immer die Frage, reicht denn nicht das Interdentalbürstchen? Nein, reicht es nicht. Und auf der anderen Seite kriege ich dann die Frage von sehr jungen Zuschauern. Ich komme mit der Zahnseite durch, aber die Zwischenraumbürstchen kriege ich da einfach nicht durch. Ja, das ist richtig. Und auch ich habe, als ich jünger war, diese Zwischenraumbürstchen da nicht durchbekommen, weil einfach dein Gewebe so straff ist, dass das einfach nicht passt. Aber vielleicht in den nächsten Jahren. Sei da einfach wachsam und guck, wenn da so ein kleiner Bereich sich öffnet, kommst du damit besser durch. Ein weiteres Argument, was gerade bei den Backenzähnen, ich nehme das mal ganz kurz hier runter, bei den Backenzähnen einfach wichtig ist, wenn du an deinen Frontzähnen die Zahnsaade so gut benutzen kannst, dass du diese Flächen reinigst. Dann, wie gesagt, dann bist du wirklich in der oberen Liga. Das schaffen die wenigsten. Aber ein ganz, ganz wichtiger Fehler im Kopf der Menschen ist folgendes. Da spielt uns die Anatomie der Zähne einen Streich. Ja, und zwar stell dir bitte vor, ein kleiner Backenzahn, ein dicker Backenzahn. Und jetzt gucken wir von oben hier in diesen Bereich rein. Dann sehen wir, dieser Zahn hat diese runde Fläche. Diese runde Fläche hat in sich aber eine Mulde. Und es ist technisch nicht machbar, dass du mit deiner Zahnseide dahin kommst. Und deswegen ist es so wichtig, dass du mit den Zwischenraumbürstchen, die sich hier aufspannen, wie einen kleinen Schirm, dass du diese Bereiche richtig gut putzt. Und auch kleine Backenzähne haben kleine nierenförmige Einwölbungen. Und das ist einfach mit der Zahnseide nicht machbar. Das könnte ich auch nicht. Jetzt ist die Frage, okay, wie oft soll ich das denn machen? Und das ist eine sehr enthusiastische Frage, wenn du vorher Zahnseide nie benutzt hast. Und da möchte ich dir einfach den Gedankenansatz geben, was nützt es dir? Du fängst heute an, jeden Tag Zahnseide zu benutzen und nach zwei Wochen hast du keinen Bock mehr. Das ist menschlich, ja? Weil es einfach, das ist so ein bisschen, wie du gehst ins Fitnessstudio und pumpst jeden Tag und dann hast du keine Lust mehr. Also wer am Anfang zu doll sich überschätzt, übertreibt, der hat am Ende keine Lust mehr. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, Wenn du das schaffst, gratuliere ich dir. Das ist natürlich absolute Spitze. Aber um eine langfristige, wochenlange, Monate, jahrelange Zahn-Zwischenraumreinigung durchzuziehen, solltest du einfach smart mit dir sein und zu sagen, was ist denn realistisch? Mache ich das sonntags? Mache ich das vielleicht sonntags und mittwochs? Dann bist du schon viel, viel besser als die meisten Menschen überhaupt, weil leider immer noch viele Menschen die Zahnseide einfach gar nicht erst benutzen. Und es ist einfach so, fang erst mal an. Und in meinen Augen, du weißt, ich bin eher praktisch veranlagt und nicht der Wissenschaftler, ist es egal, ob du sagst, was soll ich denn jetzt kaufen? Soll ich die gewachste kaufen? Soll ich die ungewachste kaufen? Soll ich die Zahnseiden-Sticks oder die Zahnseide? Soll ich die Zahnseide schwarz, mit Xylit, mit allen möglichen Gimmicks? Ist doch egal. Fang doch erst mal an. Das ist der springende Punkt. Wenn bei dir die gewachsten, durchgehen, nimm die. Nimm auch gerne die Zahnbänder. Das ist alles in Ordnung. Nimm die ungewachsen. Probier das aus, was bei dir individuell wirklich am besten ist. So, und dann ist eine ganz spannende Frage auch, wann mache ich das denn jetzt? Vor dem Zähneputzen? Nach dem Zähneputzen? Und das ist auch so eine Frage, so ähnlich wie, wie oft soll ich das benutzen? Morgens, mittags, abends am besten? Nein. Da ist die Wissenschaft und auch die Ansichte der Zahnärzte tatsächlich so ein bisschen 50-50 gespalten. Mittlerweile ist es so, dass ich das auch gut finde, wenn die Menschen es vor dem Zähneputzen benutzen. Aber auch ich mache das mal so und mal so. Also fühl dich frei. Es gibt keine Regeln, die sagen, wenn du es nach dem Zähneputzen machst, du, du, du. Sondern ich beglückwünsche dir, dass du es überhaupt benutzt. Das wird, glaube ich, recht deutlich in diesem Video. Wenn du da auch noch mal wissen möchtest, wie wirklich das Schritt für Schritt mit den Fingern und so geht, dann verlinke ich dir hier einfach mal ein Video. Das habe ich vor längerer Zeit aufgenommen. Das ist eine Schritt für Schritt Anleitung, wo ich dir wirklich ganz genau erkläre, wie das Ganze wirklich funktioniert, ohne dass du deine Finger strangulierst. Ja, jetzt ist noch die ganz spannende Frage. Wenn du jetzt wirklich sagst, ich will alles richtig machen, ich will das einfach brutals durchziehen, weil ich habe vielleicht meine Zähne sanieren lassen und es soll jetzt wirklich alles gut sein. Wann ist denn jetzt wirklich die beste Zeit zum Flossern? Und ich feiere mittlerweile das Wort Flossern. Es kommt aus dem Amerikanischen, ganz klar. Weil wann soll ich Zahnseide benutzen? Das klingt auch mega unsexy. Von daher, wann ist die beste Zeit zum Flossern? Ganz klar, jeden Tag vor dem Zähneputzen und am besten abends. Warum? Weil du dann nichts mehr isst, weil dann einfach alles schön sauber ist, weil dann deine ganze Muskelaktivität, Zunge, Wange, was ja auch deine Zähne reinigt, deine Speichelproduktion geht runter. Das ist die beste Zeit zum Flossern. Und wenn du es wirklich jeden Tag durchziehst, versuche es bitte wirklich auch dann über Tag zur selben Zeit zu machen. Weil wenn du an dem einen Tag morgens flosserst und am nächsten Tag erst abends, hat die Kolonie der Keime und Bakterien noch mehr Zeit, um noch mehr Schichten aufzubauen. Das heißt, wenn du dich entscheidest, jeden Tag zu flossern, mach es bitte wirklich ganz stumpf, immer zur selben Uhrzeit. Und wenn du das alles durchgezogen hast und sagst, oh, ich möchte im Sommer jetzt endlich wieder ein strahlend weißes Lächeln, da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen zu dem Bleaching. Es gibt eine richtige Bleaching-Lüge vielleicht und du mehr darüber wissen willst, klicke jetzt schnell auf dieses Video, wo ich diese Lüge aufdecke. Bis dahin. Ciao.